Gute Beratung bei Banken? Das glaubt einem keiner mehr. Die Berater wollen einem doch nur das verkaufen, was der Bank nützt. Und die Provision kassieren. Wir haben gesagt, nein, das machen wir anders. Wir als Berater werden auch nach Kundenzufriedenheit bezahlt und haben deshalb keinen Grund, das Falsche zu verkaufen. Aber alle Freiheiten, das Richtige zu tun. Auch wenn das heißt, erst einmal nichts zu verkaufen. Genau das möchten wir auch Ihnen beweisen.